Okay, im Notfall halt mal schauen, wie fraschen höchstens. So, for as long as you can remember, legends have been told about a directed mention of the hill in the hospital, where the length of the day was only told, and the rest of the heart itself is which we have not been named by time, and these two residents have been told by the legends of the country. So, also wir würden gerne hier in der Provincia dieses Anwesens auf dem Hügel rausfinden, deswegen gehen wir da hin. So, press Enter. Dann pressen wir mal Enter. Wollen wir mal schauen, was da hin. So, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. So, das ist nur File-Tasten. Es scheint noch File-Tasten zu sein. Also kann mich großartig machen. So, doch mal schauen. So, New Game natürlich, weil ich ja so gespürt habe. E, 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 E. Mit der Maus aktivieren ist E, Enter oder Space. Shift ist Rennen. Ich klinge es. Wir nutzen der, also, Tour. So, wir würden die ganze Zeit noch machen aus dem Titel. So, bearbeiten wir mal. So, das ist ... 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 Wollen wir noch mal reingucken in das Ganze, das muss gut pass werden. Perfekt. Ja, wir werden mal sehen, was das jetzt hier wird. Also BSD mit der Maus mal hergucken. Okay. Ja, durchaus. Weniger SPS. Wahrscheinlich weil ich arm. Nein. Ach du, hallo. Na ja, okay, mal schauen. Mal gucken, was hier schönes ist. Okay, nichts. Juhu. Ah, das ist die Ausdauer, alles klar, das andere ist HP. Ich würde sagen, wir gehen mal nach links. Aber sehr alt gehalten. Sieht sehr alt aus, zumindest hier. Mal gucken. So. Weiter geht's. Jetzt gehen wir diesmal nach rechts lang. Schauen, was wir hier schönes finden. Ah ja. Okay, also nichts. Dann gehen wir hier weiter. Durch die Tür durch. Okay, siehe jetzt schnell wieder auf, alles klar. Ja. Wie hier eine Art Tourister oder was? So. Weiter geht's. Wollen wir mal gucken. Zack, 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 zack. Ich wird durchgerannt. Gar nicht angeschaut, falls hier irgendwie Wandteppiche oder so zu sehen sind. Ich bin von ihm nach links gegangen. Gehe ich wieder nach links. Ich bin jetzt mal ganz, äh, ganz, ganz intelligent und mache einfach mal was ganz Neues. Ich gehe nach links. So. Oh, ein Bett. Kann ich schlafen gehen? Ne. Und weiter geht's. Sind wir schon wieder hier? Oder ist einfach nur ein ähnlich aussehender Gang? Man weiß es nicht. Man wird ja schon verrückt. Na ja. Also bisher hast du recht, das ist relativ eintürig bisher. Kann ich nicht mitnehmen. Von daher gehen wir weiter. Kann ich hier ruhig auch wieder zurückgehen? Habe ich auch noch gar nicht probiert. Ne. Zurück gehen geht nicht. Also immer weiter vorwärts. Müssen wir auch mal wissen. So. Rechts oder links? Rechts oder links? Von hier bin ich links gegangen. Ich gehe wieder links. Ha. Hast du gedacht, oder? So. Und hier ist die Möglichkeit links zu gehen. Hier ist die Möglichkeit links zu gehen. Hier ist die Möglichkeit. Ich nehme die linke Tür links. Also die erste. Okay. Hier geht's weiter. Na ja. Das ist wie bei, dass du schon gespielt. Anacover durch. Bis zu welchem Raum kamst du? Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. 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 Oh. Jetzt habe ich ja im libeletten Raum. Hier nach rechts. Da geht's auch nicht lang. Hier nach links. Lauf, 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 lauf. Na ja. Jetzt haben wir hier wieder denselben Weg. Oh, ein schmaler Garn hier. Haben wir noch nicht gesehen. So. Jetzt nehme ich mal die Tür. Ha. Überraschung. Und weiter geht's. Jeder von außen. Okay. So. Hehehe. Weil es dann zu schlimm wurde. Okay. Na wollen wir mal schauen. Wie das hier so wird. Weiter, 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 weiter. Zieh, 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 zieh. Zack. Und hier auch um die Kurven rum. Immer weiter. So. Hier haben wir vorhin die erste Tür genommen. Wir sehen wir in die letzte. Wir gehen gerade aus. Ganz was anderes. Aber das zieht sich natürlich schon. Also wenn du überlegst. Wenn das 10 Sekunden pro, ähm. Wobei 10 Sekunden pro Raum. Wenn du durch rennst. Kommst du auf 10.000 Sekunden. So 15 bis 20 Minuten. Je nachdem. Im Schnitt halt ein bisschen schneller. Nicht mal langsamer. Das geht sogar. Wenn ich dagegen laufe, gibt das dann Schaden? Oder wie ist die HP, äh, zu verstehen? Oder wie ist die HP, äh, zu verstehen? Das ist auch eine Frage. Die man sich so stellen kann. Zack. Und rum. Ich denke ja immer, dass die angreifen können. Die Viecher. Also dass die sich auch bewegen. Ich auch nur so. An einem, ähm. So. Dinger. Wie so. Bei amerikanischen Schulbussen. So Schilderung und Einklappen raus. Es gibt auch Rätselräume. Okay. Das hier zum Beispiel. Okay. Also wir fühlen uns beobachtet. Und das ist nicht sehr romantisch, wie er sagt. Nein. Nicht Pause. Okay. So. Sind wir jetzt da? Aussteigen. Okay. Also Captain Lemon hat jetzt auch schon gespielt. So. Weiter geht's. Mal gucken. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Zack. Zack. Ah, okay. Das wollen Speicherer. Alles klar. Zack. 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 Nur Monster, die dich verfolgen, machen Schaden. In der Wand machen nichts. Und das ist der Checkpoint am Kreuz. Ah, am Kreuz kann ich speichern. Alles klar. Naja. Jetzt ist es extra. Ah, wir gehen wieder rechts rum. Moment, weil ich dauernd links rum. Jetzt gehen wir rechts rum. Alternativen muss man ja auch schon nutzen, wenn sie vorhanden sind. Ah. Ah. Ja gut. Da ist nur das jetzt. Möglichkeit. Maybe I should look around first. Blah. Gooey. Ah, da. Spouting. Splashing. Soaking. Innards. Injust. Invoking. Nailing. Never. Stopped the Choking. Oh, ein Keuchel. So. Und nochmal so ein seltsam Glibber. Und noch mehr. Zack, zack, zack. Okay. Rechts oder links? Rechts oder links? Da ist so ein Glibber. Da gebe ich nach rechts. Ist auch so eins. Ah, Hilfe. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Er hat ganz schön Schaden gemacht hier. Mit dem an, ich kann hier runterfallen, oder? Ich muss nicht richtig laufen. Warten, warten, warten. Warten, warten. Warten, warten. Warten, 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 warten. Tja. Er ist nicht gerade begeistert schnell hier. Muss man sagen. Los geht's. Zack. Schnell weg. Ah, ist ein Geist. Ich hab dich gesehen. Na toll. Ich glaube, die haben nicht gelernt, wie der schnellste Weg zwischen zwei Punkten geht. Einer von uns. Einer von uns. Gut. Vielen Dank. Es hat wieder einer von uns gemacht. Müssen wir ganz kurz schauen, wer das war. Müssen wir ganz kurz pausieren. Ich hab leider kein Bild gesehen. Schon wieder nicht. Wieso nicht? Ist immer noch kaputt. Es ist noch ein Fehler. Ich hab den Sound gehört, aber ich krieg keine Nachricht von wem. War das ein Fake? Da kommt jetzt ein Vieh, das sich verfolgt. Die 14 macht dich langsamer. Ja, das hab ich gemerkt. Ich weiß aber nicht, warum da jetzt gerade hier der Sound kam, von einem neuen Follow. Aber ich krieg das Bild nicht. Und ich hab auch keine entsprechende E-Mail bekommen. Muss man auch sagen. Hm. Fake. Offensichtlich. So, weiter geht's. Und durch die Tür. Ah, die HP wird auch wieder generiert. Okay. Das macht mich langsamer. Ich geh wieder nach rechts. Ah, nein. Toll, wieder lockt. Oh, zack, 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 zack. Boah, das ist unfair. Na auf. Der haut ganz schön zu, das Viech. Oh nein. Lauf, 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 lauf. Jetzt verfolgt mich jetzt die ganze Zeit. Nur in dem einen Raum. Ne, anscheinend nur in dem einen Raum. Hier nicht, doch, da kommt's auch. Alles klar. Ich hab mich ja nicht gekriegt von hinten. Das hab ich jetzt nicht. Okay, na ja. Na ja, na ja, na ja, na ja, na ja. Ich hab's noch mal. Äh, wir springen aber jetzt direkt bei 50. Das geht nicht. Also, dann geht's raus. Ich bleibe, also. Okay. Ja, dann muss man noch grundsätzlich weiterlaufen. Alles klar. Toll. Ja, ja, ja. Äh, nein. Gibt es nicht Captain Lemonade. Keine festen Zeiten. Das war heute auch relativ spontan. Ich hab mir heute Abend gedacht, du könntest mal wieder zocken. Und, ähm, ich hab auch deswegen kein Infovideo dazu gemacht. Ich wollte mir eigentlich mal vornehmen, jedes Wochenende zu streamen. Aber das ist immer so eine Sache, weißt du, was man sich vornimmt, was man eigentlich nicht tut. So ein zweites Mal Schuhe. Also, die ersten Runden vom Stream kannst du dir noch online anschauen. Ich hab erst mittendrin angefangen, äh, nicht immer freie Musik reinzumachen. Das heißt, ähm, ab dann wird der Ton halt weg sein, weil es gemutet wird. Erst später dann wieder bei 60 Seconds ist der Sound wieder da. Also, der, äh, die Musik ausgemacht worden, weil ich das eventuell hochladen will. Ich muss im Fach schon mal speichern. Okay. Weil ich jetzt beschadet. Ach so, das ist die. Dann, weil ich beschadet. Alles klar. Weiter, 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 weiter. Wie gesagt, ähm, wenn ich das weiß, mach ich noch mal was vor ein Infovideo. Ich hab aber mich auch für heute entschieden, beim Morgen, oder mal herst du mit der Gorondor. Eventuell noch mit Minyas und Ungegab zusammen. Soweit ich zumindest gut bekommen habe letzte Woche. Da will ich nicht, äh, parallel streamen. Das ist doof. Aus dem Grund kann ich dir auch noch nicht sagen, was das ist. So, weiter, 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 weiter. Ja, aber du kannst dir die, den Anfang des Streams von heute, den Tonno7 am Anfang auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Bis die Musik kommt, den Teil werde ich, äh, hochladen. Wird wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages kommen, muss ich mal gucken. Wurde noch Second Days aufnehmen für morgen? Nein. Wurde noch nicht gemacht, wollte ich heute machen. Aber, dann doch nicht mehr. Naja, ich hab auch nicht gedacht, dass ich jetzt noch am Stream bin um halb vier. Lauf, zack. Okay, also man kann auch einfach so überspringen. Ja gut, wenn wir das auch sehen können. Ja, können wir mal schauen. Warum nicht? Ich finde es halt für den Anfang relativ langweilig, wenn du einfach durchlaufen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Oh nein. Ausdauer, Ausdauer, Lauf, Lauf, Lauf. Dann gehen wir mal zurück. Ah, okay. Ein Kreis. Schön. So, gehen wir einfach nach links. Also, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass links immer besser ist. Hier drinnen. Spielen. Immer links. Nein. Zack. Nein. So. Lauf, 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 lauf. Ich hänge fest. Jetzt. Zack. Ich gehe hier hin und dann gehen wir gleich im ersten Speicherpunkt. Bei 50. Dann haben wir das schon mal hingekriegt. Wir gehen jetzt nach links. Und, weil jetzt ist hier immer gut. So, jetzt sind wir da. Äh, hier tun wir uns überlesen, oh nein. Was wissen wir noch dann? So, ah, game is saved. Nett. Na los. Auf, aber dann. Das ist so eine Krankheit, die ich aus Seven Days habe. Wie wird es im Kreis so laufen? Das ist Standard. So. Oh nein, was Neues. Cool. Oder war das vorhin auch so? Ich glaube nicht. So, also. Immer laufen. Wenn dieses Viech hinter einem her ist. Also immer weiter laufen, wenn das Viech hinter einem her ist. So, äh, jetzt gehen wir nach links. Alles klar. Und weiter, 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 weiter. Und weiter, 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 weiter. Auch sehr, sehr tolle, ähm, Kommentare hier gerade von mir, oder? Weiter, 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 weiter. So, einfallsrechtlich und variabel. Ja, so schön. So, ein Bild. Weiter, weiter. Zack. Raum 16. So, das ist hier in dem Lesen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, wie wir wissen, oder? Ich musste beim letzten Mal nach rechts schlecht. Deswegen gehe ich jetzt immer nach rechts zuerst. Ja, natürlich. Äh, dass das, ähm, jetzt noch so ist, ist klar. Dass das Spiel dann schon mal wird. Aber da kommen wir löch. Auf jeden Fall. Das hast du ja auch gesagt. Und das sehe ich auch ein, das ist ja hier der Anfang. Mal gucken, was das dann später wäre. Ich werde wahrscheinlich nur mich mal vor skippen dann. Einfach nur um zu sehen, was das so kommt. So, äh, immer weiter. Und immer weiter. Ha! Ich bin schon entschieden. Links immer ist richtig. Danke, Links. Kann es sein, dass links immer besser ist? Ja, das ist möglich. Sehr wahr so. Das links immer der bessere Weg. Ho, nein! Oh nein! Es ist nichts bei uns. ителium... Warte, 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 warte So, sind wir hier bei dem Weg, den wir von euch auch Das ist nicht schön, wenn hier fast keine Stamina ist Was wird genau, was wird genau, was wird genau Weiter Ich bin schnell durch Und ich bin wieder nach links, in der Hoffnung, dass links der richtige Weg ist Aber ich bin wirklich dabei, links ist einfach immer der bessere Weg So, hier oben Dann haben wir hier links Hm Okay So, ich geh jetzt hier wieder nach links Ja, aber stimmt schon, wir hatten einen anderen Raum mit dem Verstoß und Tür noch nicht Aber um 74 war ich vorhin noch nicht angekommen Wie kamt ihr auf das Spiel? Weil ihr anscheinend beide das Spiel schon gespielt habt Von Lemonade und Bunker-Kammer Wir haben mal geguckt, was es kostenloses gibt Und wie wir danach Grusel spielen Und weiter geht's Und weiter geht's Wieder links Ich bleib dabei Links ist gut hier So So Warten wir mal ganz kurz Um dann Gas zu geben Okay Bei Contest Stream So Und ja noch nicht so gleich schon sterb ich kurz vorher so richtig blöd wahrscheinlich nein doch nicht so uh i know something is following me but i feel like i'm prancing through the same rooms over and over hopefully leaving notes as breadcrumbs wanna prove i am making progress i am making progress and reaching some destination i just hope i don't run out of ink i am dreadfully okay ist das dann bei den spielautomaten so wie bei beining of isaac oder was oder ob man was rauskriegen kannst ich habe das selbst nie gespielt beining of isaac bei cocaine oder bei alex so raum 101 wir spurten weiterhin durch und wie immer wird der linke weg bevorzugt wenn ich das nächste mal einen spielautomaten sehe werde ich ihn mal benutzen gucken was da schönes passiert werden wir dann mal sehen natürlich als weiter als weiter ok da spielautomaten ok 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 alles klar interessant auf jeden fall nicht schlecht ok was haben wir hier kentenautomat oh da ist noch einer ist das pacman wahrscheinlich ist das pacman aber ich bin da der geist aber ich bin da der geist ich dachte gerade für pacman tja ich habe voll den plan ich habe voll den plan ihr merkt es schon sehr schön gewonnen und weiter ganz nicht schlecht auf jeden Fall die Idee mit so minigames ist ja schon lustig ja du kennst du aus jetzt machen wir mal die freie aus ne ja interessant das ist schon nett muss man sagen so auf jeden Fall eine nette Idee So, verlassen wir das Programm morgen. Der ist nicht an und deswegen gehen wir hier durch die Linke an. Lauf. Wieder einmal Lauf. So, und wieder links rum gehen. Und hier... Hm. Oha. Eine Spine gewesen. Natürlich links. Wie geht hier sonst? Oh nein, eine Spine. So. Und vielleicht hier links rum gehen. Kennen wir inzwischen schon. Das heißt, wenn mein Englisch besser gewesen wäre, hätte ich mir jetzt da schöne Sachen über die Monster durchlesen können. Ja, wenn ich das mit dem Englisch halt vereinbart hätte. Hätte ich mir aber durchlesen können, aber ich hätte mich nur blamiert. So. Und deswegen jetzt mal schauen. Hier, wieder durch den engen Gang. Und da jetzt... Noch mal enger Gang. Das ist mal sogar... Wo weiße ich denn? Hey! D X8 m1. Tastes terrible? Staage are terrible? I don't think drinking, it was a very romantic Obviously. schön will ich doch beim ersten monster mal lesen sollen was da steht also bei dem anderen geistartigen objekt dinge quallen ding aber leider habe ich nicht dran gedacht links rum wie immer ein anderer raum wir gehen links lockt sollte im hintergrund schön auto ich glaube wir nehmen die tür gerade dazu entschieden so das ist doch nicht so der einzige moment gewesen wo ich rückwärts laufen konnte oder die schwarze ist groaning subject 5 ist groaning more and more restless i told spuk we need more funds for sedi was sedatives but she just laughed and flew into the ceiling without more chemicals to keep these things docile i'm not sure how much longer we can keep them here safely generic assistant okay nehmen wir hier mal die karte mit und los geht's jetzt kommt was richtig mieses so wir sind von da gekommen also nehmen wir mal die tür hier wir haben jetzt eine karte so weiter geht's oh da steht was da steht was i bett internet is loosed the glass around its container is slattert and finally here clicking coming from the ceiling i don't know what will happen now the world is out and alive then this is probably my last report is clicking is getting louder now ah das heißt dieses phi5 was wir uns vorher hätten anschauen können das jetzt auf freiem fuß auf freiem fuß verfolgungsgruppen wird und wir könnten auch was treffen tja ich hab mich mal angeguckt woher ich wüsste ich wen das ist nicht also nicht so wie immer links Ich hab mich noch ne es nicht aus ich muss kurz anklang gehen denn mehr schwanken wenn ich schon so wie immer runter ins harbor Dann geht's So Weitere geht's. Problem ist halt hier, ich weiß nicht nur was ich erzählen soll. Das ist unglaublich schwierig. So, weiter geht's. Irgendwann kennen wir schon. Zumindest da ähnlich aussehen. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum dritten Safe Point. Mal schauen was es wird. Ah ok, es wird gut. Alles klar. Und wir haben wieder hier so ein schönes, kleines Licht hier. Bevor wir einfach mal ins geile Licht rollen. Los geht's. Jetzt auf dem Weg zum Spaß an der Freude. Dann nach rechts. Ok. Ich muss hier jetzt immer die... Ah, zurück geht nicht. Naja, mal schauen. Das ist ein Rätsel. Ja, ok. Wahrscheinlich brauchen wir immer diese Dings, oder? Also nicht dieses... Nicht dieses... Sondern das... Ding. Genau. Also wie ich gesagt habe. Ja, aber woher weiß ich denn bitte was das ist? Hier lang? Falsch. Zurück kann ich nicht. Fange ich nämlich von vorne an, die Sequenz? Ok, wir fangen einfach mal an. Wir kommen jetzt hier rein. Ne, hier nicht. So, aber wir kommen hier rein. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Jetzt müssen wir hier mal gucken. Das Ganze irgendwie logisch zu versuchen. Das ist einfach nur mit dem Weg. So. Treffen sich. Okay. Ne, da nicht. Bäh. Okay. Also wenn wir in der Ecke... Hier grün, weiß, grün, weiß, grün, weiß, grün, weiß, weiß, grün, weiß, grün, weiß, grün. Wo das Ding kam, musst du das dann folgen. Also wenn ich ein Ding habe, muss ich denn das nochmal folgen. Dann wird es hier... Falsch. Weiß, grün, weiß, grün ist falsch. Wieso? Grün, weiß, grün, weiß, grün, weiß ist falsch. Grün, weiß, grün, weiß, weiß. Also ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, wenn ich ehrlich bin. Weiß, grün, ne. Das ist ja wirklich... Das ist hier alles gerade einfach nur random. Ja, das ist ja nicht immer geradeaus. Aber wenn ich jetzt hier geradeaus so, kommt runter pro Bing. Sonst wäre ich ja schon lange durchgegangen. Also man weiß nicht mehr, was da drüben war. Ich kann es noch nicht mehr sehen. Das ist ja echt krass. Muss ich ja echt wissen, was da vorher war oder was? Weiß, grün. Grün, weiß, grün, weiß. Also das ist hier. Weiß, grün, weiß, grün. Hier müsste jetzt auch eigentlich dieses weiß, weiß sein, oder? Ja, das ist auf jeden Fall die weiß, weiß, ecke. Weiß, weiß, ecke ist hier. Also muss das hier richtig sein. Ah! Wirklich immer geradeaus. Oh, das ist ja doof. So, jetzt ist falsch. Das sieht jetzt nicht mehr geradeaus. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Eins. Zwei. Drei. Links. Ah! Ich habe mir hier geguckt, wie die Formen da sind. Das ist so einfach gewesen. Wie blöd. Ah! Da bin ich echt schön blöd angestellt. Ich habe es mir komplizierter gemacht, als es eigentlich war. Das ist ja nicht nett, muss man schon sagen. Das ist quasi wie dieses Simon Says. Wo du diese Farben hast. Ne, die Farben kommen, mit der Farbreihenfolge merken musste. Dass der Sound reinfolge eben ist. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein! Verkehrtraum. Unschön. Links hat mich nicht den richtigen Weg gel... ...leitet. Oder bin ich vor lauter Bubble? Ne, ich bin links gegangen. Wäre ich nicht gewesen normalerweise. Gehe mir quasi zurück. Es gewusstet. So. Ehm! Okay, woher wir jetzt mal gucken... Ehm ... Wo spät jetzt noch was gekommen? Okay, anders ist es wieder. So. Und wieder links rum. So, ich füge links natürlich. Nicht mit gerechnet hier, I don't think that was mine, it's a blut, a blut, so, game saved. So, und weiter geht's, zack. Okay, also kann ich einfach immer durchziehen. Brauch gar nicht drauf achten, wohin es geht. Und weiter geht's. Nicht hängen bleiben. Keine Blutigkeit vorschützen hier. So, und weiter geht's. So, wie ein heller Raum, aber kein Problem für uns, wir gehen hier durch links. So. So. So.